Du, du weißt Bescheid, ja? Wir probieren heute mal rum, spielen ein paar Klassiker nach. Ist gut. Ist okay für dich? Darsteller, Dab Dab, Film der weiße Hai. Wir werden einen größeren Hai brauchen. Ich glaube, du meintest Boot. Ah, ja klar. Gut, dann los. Wir werden ein größeres Hai-Boot brauchen. Toll, danke fürs Kommen. The Fast and the Furious. Oh, ja, Kamera läuft, sehr schön. Ich lebe mein Leben in Viertelmeilenschritten. Wir brauchen Sie und einen Notarzt. Ich einfach unverbesserlich. Es ist so flauschig, ich werde wahnsinnig. Ich werde auch wahnsinnig. Ich kriege keine Luft. Scarface. Auf euch wartet meine kleine Freundin. Hallo. Okay, super. Vielleicht noch ein bisschen bedrohlicher? Ich bedrohe doch nicht meine Freundin. Ja, er hat eine Riesenknarre. Das ist der Höhepunkt des Films. Er ist völlig irre. Ja, ja, kapiert. Nochmal. Auf euch wartet meine kleine Freundin. Notting Hill. Ich bin auch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht. Und ihn bittet es zu lieben. Okay, ich habe den Eindruck, Plimpton hat den falschen Text. Oder? Ah, mega peinlich. Meine Braut, Ihr Vater und ich. Ich habe auch Nippel. Können Sie mich auch melken, Greg? Okay. Ja. Jurassic Park. Und, habe ich die Rolle? Äh, also ehrlich gesagt, es läuft folgendermaßen. Gib mir die Rolle, sonst gibt's Downy zum Dessert. Alles klar. Er ist perfekt. Das soll ein Familienfilm werden. Das soll ein Familienfilm werden. Und, beant wo ist weiter. Ja. Ich bin damit, die Rolle. Sorry, ich bin damit. Ich bin damit.